Ok, mir egal. Ich muss Straßenlaternen überbringen. Diese Map kleiner machen, die muss man natürlich auch. Das ist nur Bavon. Oh, der da. Ist scheiße. Das musste jetzt hier einfach gesagt werden. Und... Yay, wie euch dieses alte dreckige Kanalrohr kriechen, meine schöne Hose. Hier, meine dicken Leder-Shorts. Yay. Ui, hallo. Freut ihr euch? Ihr seht also begeistert aus. Jo. Achso. Achso, die Ärztin hat damit noch was zu machen. Vielleicht leidet sie an Eismangeln. Ah. Was ist das denn? Das sind Handschuhe. Oh, äh, bitteschön. Wenn das kein gutes Geschenk ist, dann... Leg ich mir auf. Uh. Ah. Gut. Äh, Recycling... Schön, dass du an Recycling denkst. Freut mich. Aus Altbach 9, ne? Dass ich da für Leute töten musste? Tja. Wer juckt's? Äh, diese nette, kurzsichtige Frau hat uns ja schließlich gesagt. Ein Geschenk für Versuchsperson 2. Hallo. Äh, bin ich verletzt? Ja, vielleicht ein leichte paar Kratzer. Bitte, bitte. Hm. Ja, du kommst ja akzeptiert vor als Mitglied der Resistance. Ich hab nicht mal eins. Äh, 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 das bin ich auch nicht akzeptiert. Äh, 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 äh. Mensch, gut. Nein. Bitteschön. Ja, ich hab's gut gemacht. Oh, mein er. Bitt ja lustig, wenn die noch Medizin baut. So, kann ich jetzt vielleicht mal... Wuhu. Mit 28 will ich wahrscheinlich mal ne Quest kriegen. Gucken wir mal, ob ich in Edelstein überhaupt noch Quests kriege. Ah ja, stimmt. Ähm. Also wird's doch. Doch. Ach, jetzt soll ich einfach mal den Umhang finden? Entweder ist das Spiel ziemlich dämlich oder ich bin inkompetent. Oder beides, oder... Ah! Wird mir das nicht als Glühbirne hier oben angezeigt? Na gut. Achso, ja. Okay, wenn es keine offizielle Mission ist, dann... Okay. Ist ja klar, warum ich keine Glühbirne über den Kopf habe. Da ging mir einfach kein Licht auf. Ähm... Schlangenstraße zu getarnten Resistance-Agenten? Hä? Treffpunkt hinter der Telefonzelle an der Schlangenstraße. Mhm. Wer soll die Welt bereisen? Danke! Schlangenstraße war das hier, ne? Okay. Ich komme, ich komme! Erst in die Villa, oder? Komm, wir erst in die Villa, bevor wir da rauslaufen. Sonst haben wir wieder so die Altebgebung. Mal was Neues hier, ne? Und hör auf, meine Map ständig so groß zu machen. Ja, hast du drum gewohnt, ne? Fast richtig. Äh... Ähm... Einwurz-Tochter... Geh zu Villa. Und lass, gefälligst dich, dass du klein bist. Hm, jetzt passiert mich doch, was der Meepleppen will. Hier, äh... Ach du, ach du. Lol. Warum? Du scheiße, der hält aber ganz schön. Aua! Du hast doch jetzt nicht gerade gewagt, mich zuhauen. Dreister. Drecksroboter hier. Da frisst mein Angriff. Da und... Alter, das sucht dich irgendwo ein Scheißdreck, kann das sein? Boah! Das könnte ja jetzt nicht mehr... Hier, jetzt erstmal alles kaputt machen. Dafür bin ich jetzt schließlich geboren. So. Hier und du auch noch. Zieh dich, du Penner. Ach, und da und. Mein Gott, geht kaputt. Mein Gott. Aufräumtücher, aber schon nicht, ne? Also das dürften nicht schon die anderen Leute machen. Wir haben hier nicht die Putzunterstützung. Warum? Du sollst eigentlich ihre Kleider. Soll sie definitiv die Quest beschrauben noch nicht, ist das lesen. Du hast bereits die Kleider. Jetzt ist er herzlichen. Ah, da wird die 20 Bogen fast richtig geraten. Er herzlichen. Schade. Ich sehe viel Klaus. Das ist... Ach, das ist die Widerstandsfälle. Versuch. Juhu. Juhu. Äh. Bitteschön. Hätte ich auch nicht selber machen können. Ach nee, du bist ja nur so ein alter Sack, der nichts drauf hat, ne? Bitteschön. Eine Goldplatte. Das war dir aber schon wert. Ich hab so keine Ahnung, was eine Goldplatte mir bringt, aber Gold ist ja schließlich immer gut, ne? Ne, 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 bitte Baba angeben. Jetzt bist du aber wirklich ein fauler Sack, echt jetzt. Die Map treibt mir einen Wahnsinn. Genau. Stört kein Sein. Stört kein Sein. Ich hätte gerade das Bedürfnis, dir mal ordentlich ins Gesicht zu hauen, Baba an. Ehrlich. Was ist das denn hier? Vonny. Wer ist Vonny? Hm. Vonny ist bestimmt irgendwie so ein getarnter Agent. Hm. Doch, ich hab echt das Gefühl, der ist irgendwie so scheinlich so ein Resistance-Tipp, der mir irgendwann vorgestellt wird. Hey, du, ich bin ein Resistance-Tipp. Wehe. Aber halte deinen Atem nicht an. Warum sollte ich das auch? Gut, auf zur Schlangenstraße. Und mit unserem super getarnten Agenten reden. Flomp, flomp, flomp. Wissen wir, ist das nicht ein bisschen ineffektiv, dass nun hier die Wachroboter sind, oder? Sind die schwarzen Flüge eigentlich nur an dem Gebiet hier interessiert? Erstens, die Punkte wollte ich sparen für Level 30. Schlangenstraße war da oben. Ihr steht mir im Weg, Schilder. Das ist ein Grund, euer Leben auszunehmen. Außerdem, wo ich mit Spreißle, wenn ich euch berühre, das ist viel. Es verringert meine HP. Es ist schon ein Grund genug, euch aus dem Leben zu reißen. Andererseits, habt ihr überhaupt gelebt? Naja, okay, das interessiert ja jetzt hier auch keinen. Also gut, weiter geht's. So, rein hier. Hm, ich bringe erst mal hier in Sicherheit, so. Hier? Da? Hm? Äh, noch was zur Widerstandsversorgung. Sie möchte, dass ich mit einem Interesse und die Medizinschein etwas ausgeheckt ist, von Wieter zu sein, geht zu dem geheimen Treffpunkt über der Hintergasse. Hä? Wie hier bin ich doch? In der Nähe von Schlangenstraße Telefonstand. Gibt's eine andere Schlangenstraße? Hm, ich glaube nicht, ne? Jetzt mal gucken, ne? Wäre vielleicht sinnvoll, nicht direkt auf der anderen Seite zu suchen, ne? Spazierweg. Spazierweg. Straßenlaternenreihe. Das könnte natürlich auch verbuggt sein. Hm. Patrouille-Generweber zu, ne? Mit der Fonds der Wieter. Wieter ich dachte, Wieter ist hier. Hm. Ein böses Rätsel, Harry Lyme. Ich kann mich schon denken, was das ist. Babyfelsblock-Mamphor. Großer B-Felsblock-Mamphor. Null. Scheint hier zu sein. Hier. Hallo. Hallo, hier. Ich bin Resistance. Ich hab'n dunkle Aura unter mir. Äh. Äh. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier mit der Maus erstmal das komplette Gebiet abklappern. Ich geh mal 20 mal durch ein Gebiet, ich weiß. Hm. 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 Wo ist es weg von mir? Hm. Ah, wartet mal, um ist noch eine. Das ist so wahrscheinlich. Wird mal nur angezeigt, aber gut. Da 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 da. Ach, der war wieder Jay. Hey, was geht auch da? Hey, bitte, fuhre. Du hörst ja nur, dass mit der Resistance kommt. Vielleicht, weil ich dich angesprochen habe. Na, Kleiner, ich erinnere mich an dich. Ich mich auch. Du bist doch der Typ, der seine Kräfte schon wollte, weil du den Typ nicht besiegen wolltest, ne? Das verhoff' ich wahrscheinlich am Ende selber an dir. da. Ah. Da. Die Schriftrolle wollte ich haben. Das ist schon passend hier. Hm. Was? So. So. Da zwinkert mir zu. Oh. Oh. Hä? Was? So. Was? Hä? Selten raffinierte Goldplatte. Also. Gar nichts. Sprudengedräng. Ist nicht verschwenderisch, dass sie kurz hat. Jetzt rast man nicht so aus, Musik. Hm. Siehste? Also seht ihr? Die Musik hört ja schon auf mich. Ja. Ich steh hier jetzt grad drum, weil ich auch nicht weiß, was wir machen sollen. Quest. Verfügbar. Beruf. Beruf. Berühmtheit. Viktoria-Insel. Gibt's hier noch irgendwas in Edelstein? Dann denk ich mal, gehen wir mal in die Mine, hab ich das Gefühl. Oder gehen wir mal zu den Level 33ern und leveln uns da ne Runde. Hm. Gibt's da was Interessants auf der Viktoria-Insel? Ja. Ab 30 werden wir ja dann sowieso erst mal noch in einem Themenverlies sein. Aber das will ich euch dazu in der Zeit erklären. Erst mal strecken. So. Hm. Schurzlöses Auge. Winzens Ausgrabung. Nee. Da kann ich mir auch alles stecken hier, ne? Das ist... Alles ein Kack. Ich kenn die Quizze. Ja. Aber da wir ja schon wieder fast wieder auf 40% haben, denk ich mal, macht das jetzt nichts, wenn wir... kurz mal gucken. Wo kommen wir denn hoch? Spazierweg 4. So müsste das so aussehen. Spazierweg 4. Flomm. Weil dann werden wir einfach bei den Level 33ern erstmal die paar Level noch machen, bis wir noch eine gescheite Quest kriegen, weil... wirklich die Quests, die wir da kriegen, sind alle nicht wirklich das, was man jetzt als... die sind vielleicht... Interesse werden vielleicht einfach Quests zu machen, aber... die sind dermaßen ineffektiv, denn sie bringen mir einen Scheiß... dass ich das nicht machen möchte. Und da ich dieses jetzt per... nicht so machen möchte, dass ich das jetzt nicht hier irgendwie cutten möchte, oder so... Diese Mülltonnen hier. So. Trocken eine Straße zur Miene. Dann, äh, natzen wir erstmal die Roboter hier weg. Oh, ich bin nicht mit viel Potz. Oh, die Haken halten die ganze Kombo aus. Wow. Oh, ich mag die Musik. Sie gefällt. Oh, die gehen aber auch wieder XP, kann das sein. Warte, 41 hab ich jetzt. Uh, 0,4. Nicht schlecht. Irgendwie mag ich die Musik und mag sie auch wieder nicht. Aber egal. So, erstmal richtig in die Masse rein. Ah. Was kriegen wir da überhaupt? Streifen... Was? Naja. Ja, ich hab grad nicht... ... irgendetwas durch den Ziel. So. Ja, das war effektiv. Pan! Und mein Vollender. Und Pan! Und Pan! Und Pan! Und Pan! Da oben werdet ihr jetzt auch alle noch was abkriegen. Oh, 113 Schaden machen die schon nicht schlecht. So. Und jetzt. Und jetzt. Bisschen wir, äh, wer zu tun ist eigentlich Raffen, dass ich das hier mache? Wissen sie doch eigentlich, ne? BAM! 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 Nö, ne? Warum auch, ne? Also, wenn niemand in meinem Zimmer irgendwas kaputt macht, dann schützt mich das auch nicht. Das rei ich auch nicht mehr. Warum soll's auch? Muss ich mir irgendwas besonderes zu sagen? Dann ist gut. Geld regiert die Welt. An diese Grundlage sollte sich ja schließlich jeder halten. Deswegen sollte man grundsätzlich aus einem YouTube-Videos amokarisieren, wenn man einen Abonnent hat. Jaja. So. Jetzt mal die Chipkarten einsammeln, wird's ja bestimmt noch unterbringen. Schon kriegen wir nachher in der Kästsammle 350.000 Chipmarken. Wahrscheinlich 99,5% davon kaputt sind. Da. Und... So. Entfernen wir. Okay, jetzt nervt mich die Musik schon so unglaublich. Na ja, so können sich die Meinungen ändern, ne? Ja, ein paar Minze. Soll ich die Blatt jetzt da machen? Ja, komm. Ich leffle mich hier noch kurz das Level ab. Und dann... Boah, ich muss jetzt immer noch anders werden, weil... Wie gesagt, die Victoria-Quiz sind nicht wirklich interessant für mich. Und die haben süße Augen, wenn man sie tötet, muss ich echt sagen. Aber nicht das Äußerliche zählt, sondern nur das Innere. Naja, das ist die Technik. Die machen auch Nervengeräusche. Hm. Und so. Und's leer. Okay. Das war ganz, ganz schön. E Ja. Wenn ich jetzt mal schlafen habe. Das ist eigentlich auch Wahnsin. Aber so. Ja. Das war noch so. Jetzt ich glaube mir. So. Also. aber der Rekore gegeben kann oder kommt das so vor nein du schweißt es ist die Bogen schützen die Städte es geht nicht mehr ne? Ne, gib doch schon ein PvP mit Gegnern und wenn ihr dann einen Rückschuss gelasst. So, jetzt krieg ich mir das mal an, was ich gekriegt hab, hier für Handschuhen. Aber... Ähm... Oh, mein Shit. Uhuh, ich bin gut. Langweilig. Ich überleg, ob ich das wirklich bis zu Level Up cutte. Was wird das? Ja, hm... Ich cutte ja so irgendwelche Sachen raus, oder? Bevor ich euch jetzt hier stuhl halt sein muss, wie ich irgendwelche Viecher klatsche ohne Quest. Hm... Ach du Scheiße. Muss ich jetzt Lederschwetter sagen? Egal. Sicherheit zuerst! Ja, Sicherheit zuerst. Dann... Klopft du nicht. Ich hab doch... Hab ich etwa keine Vorschrift mäßige Sicherheitskleidung an, oder was? Sicherheit zuerst. Oder der... Einer der übsten Monsternamen. Uh, das war mal nicht... Oh, 100 Meso Profil. Nicht schlecht. 10 Viecher gleich 1000 Meso. Gefällt mir. Ich mag. Ja. Oh Gott. Du auch noch. Und du und da. Wann muss das ja vollendern? Das müsste ich eigentlich so machen. Oh. Äh, ich... Sollte mehr auf meiner HP-Leiste aufpassen. Ich bin nicht schuld. Ich bin schuld. Hat geruckelt. War ein Leck. Also ich bin's nicht. Nee, Gott. Dann mach ich hier nen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal. Hoffentlich Leben. Bis dann. Warum rede ich so? Keine Ahnung. Aber bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Stanley Zinserfield. 어디 ich kenne? Bis dann? Du gehst ein Kratzer.